Mit Erfolg zu FIT in Deutsch 1 Übungs- und Testbuch Einheit 1 Ich, du, wir, meine Familie, meine Freunde, meine Haustiere Hören Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo, Tante Lisa. Hier spricht Katharina. Du weißt ja, Oma hat morgen Geburtstag. Wir treffen uns alle um 3 Uhr bei uns und gehen zusammen hin. Onkel Heiner kommt auch. Also, dann bis morgen Nachmittag um 3. Tschüss! Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo, Tante Lisa. Hier spricht Katharina. Du weißt ja, Oma hat morgen Geburtstag. Wir treffen uns alle um 3 Uhr bei uns und gehen zusammen hin. Onkel Heiner kommt auch. Also, dann bis morgen Nachmittag um 3. Tschüss! Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hi, Benno. Ich bin's, Kathi. Hast du am Samstag Zeit? Ich mache eine Party bei uns zu Hause. Thomas und Vicky kommen auch. Die Party beginnt um 20 Uhr. Bring bitte CDs mit. Wir wollen tanzen. Ich hoffe, du kannst kommen. Tschüss! Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hi, Benno. Ich bin's, Kathi. Hast du am Samstag Zeit? Ich mache eine Party bei uns zu Hause. Thomas und Vicky kommen auch. Die Party beginnt um 20 Uhr. Bring bitte CDs mit. Wir wollen tanzen. Ich hoffe, du kannst kommen. Tschüss! Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo, Tina. Hier ist Christian. Wo bist du? Es ist schon halb neun. Meine Eltern und ich fahren jetzt los. Entschuldigung, aber wir können leider nicht warten. Wir kommen sonst zu spät. Also tschüss. Tut mir leid. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo, Tina. Hier ist Christian. Wo bist du? Es ist schon halb neun. Meine Eltern und ich fahren jetzt los. Entschuldigung, aber wir können leider nicht warten. Wir kommen sonst zu spät. Also tschüss. Tut mir leid. Hören. Teil 2 Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Markus, stimmt das? Du hast deinen Onkel in Italien? Ja, meine halbe Familie lebt in Trentino, Freddy. Toll. Hat dein Onkel auch Kinder? Ja, Chiara ist so alt wie ich. Sie hat einen großen Bruder. Er heißt Patrizio und ist schon 16. Und sie hat eine kleine Schwester. Aber Laura ist noch sehr klein. Besuchst du sie manchmal? Sicher. In den Sommerferien fahren wir immer nach Italien. Und in den Weihnachtsferien kommen sie zu uns. Du hast es gut. Ich wünsche mir auch eine Tante oder einen Onkel in einem anderen Land. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Markus, stimmt das? Du hast deinen Onkel in Italien? Ja, meine halbe Familie lebt in Trentino, Freddy. Toll. Hat dein Onkel auch Kinder? Ja, Chiara ist so alt wie ich. Sie hat einen großen Bruder. Er heißt Patrizio und ist schon 16. Und sie hat eine kleine Schwester. Aber Laura ist noch sehr klein. Besuchst du sie manchmal? Sicher. In den Sommerferien fahren wir immer nach Italien. Und in den Weihnachtsferien kommen sie zu uns. Du hast es gut. Ich wünsche mir auch eine Tante oder einen Onkel in einem anderen Land. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Na, mein Junge, du wohnst jetzt schon vier Wochen in Köln. Ja, Oma. Und wie gefällt es dir? Köln ist eine tolle Stadt. Hast du schon Freunde? Ja, klar. Mit Frank gehe ich zur Schule. Er wohnt auch hier im Haus. Und mit Basti spiele ich Computerspiele. Machst du auch deine Hausaufgaben, Sven? Ja, doch, Oma. Gut, mein Junge. Gib mir jetzt bitte mal Mama. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Na, mein Junge, du wohnst jetzt schon vier Wochen in Köln. Ja, Oma. Und wie gefällt es dir? Köln ist eine tolle Stadt. Hast du schon Freunde? Ja, klar. Mit Frank gehe ich zur Schule. Er wohnt auch hier im Haus. Und mit Basti spiele ich Computerspiele. Machst du auch deine Hausaufgaben, Sven? Ja, doch, Oma. Gut, mein Junge. Gib mir jetzt bitte mal Mama. Einheit 2 Sport, Spiel und Spaß Meine Freizeit und meine Hobbys Hören Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo, Moni. Hier ist Julia. Die Tanzlehrerin ist krank. Wir haben also heute Nachmittag kein Tanzen. Die Stunde machen wir dann nächste Woche. Ruf Lili an und sag es ihr bitte auch. Danke. Mach's gut und tschüss. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hallo, Moni. Hier ist Julia. Die Tanzlehrerin ist krank. Wir haben also heute Nachmittag kein Tanzen. Die Stunde machen wir dann nächste Woche. Ruf Lili an und sag es ihr bitte auch. Danke. Mach's gut und tschüss. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hi, Nina. Hier ist Sarah. Meine Eltern fahren morgen in den Freizeitpark. Da gibt es ein super tolles Schwimmbad. Ja, und da ist auch der Europa-Spielplatz. Das macht Spaß. Also, komm bitte mit. Morgen kostet es nur 5 Euro. Du kannst mich bis 10 Uhr anrufen. Tschüss. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hi, Nina. Hier ist Sarah. Meine Eltern fahren morgen in den Freizeitpark. Da gibt es ein super tolles Schwimmbad. Ja, und da ist auch der Europa-Spielplatz. Das macht Spaß. Also, komm bitte mit. Morgen kostet es nur 5 Euro. Du kannst mich bis 10 Uhr anrufen. Tschüss. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Grüß dich, Peter. Hier spricht Atze. Was ist? Warum kommst du nicht? Alle sind hier, nur du nicht. Also, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt. Wir gehen in den Film um 19.30 Uhr. Dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Du weißt schon, im Eiskafé kocht Tina. Tschüss. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Grüß dich, Peter. Hier spricht Atze. Was ist? Warum kommst du nicht? Alle sind hier, nur du nicht. Also, wir fahren jetzt mit dem Bus in die Stadt. Wir gehen in den Film um 19.30 Uhr. Dann gehen wir vielleicht noch ein Eis essen. Du weißt schon, im Eiskafé kocht Tina. Tschüss. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Hallo Eva. Du, Sonja. Du, Sonja, was machst du nach den Hausaufgaben? Hm, heute um 5 habe ich Gitarrenstunde. Oh, hast du schon lange Unterricht? Naja, so zwei Jahre. Spielst du schon gut? Es geht. Ich muss mehr üben. Ich lerne Klavier. Wir können ja mal was zusammen spielen. Gute Idee. Hast du Noten? Ich frage mal meine Gitarrenlehrerin. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Du, Florian, was machst du am Samstag Nachmittag? Ich weiß noch nicht. Warum? Ich spiele Basketball. Komm doch auch. Meinst du? Wann spielt ihr denn? Von 5 bis 7 und wir brauchen so gute Spieler wie dich. Wo spielt ihr denn? In der Schule. Hm, da brauche ich mit dem Fahrrad nur 10 Minuten. Genau. Ich fahre auch mit dem Rad. In Ordnung. Um Viertel vor 5 bin ich bei dir. Gut, dann bis Samstag. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Du, Florian, was machst du am Samstag Nachmittag? Ich weiß noch nicht. Warum? Ich spiele Basketball. Komm doch auch. Meinst du? Wann spielt ihr denn? Von 5 bis 7 und wir brauchen so gute Spieler wie dich. Wo spielt ihr denn? In der Schule. Hm, da brauche ich mit dem Fahrrad nur 10 Minuten. Genau. Ich fahre auch mit dem Rad. In Ordnung. Um Viertel vor 5 bin ich bei dir. Gut, dann bis Samstag. Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Einheit 3. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Guten Tag, Frau Sähmann. Hier spricht Frau Möggel, die Mutter von Lydia. Lydia geht es nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen. Es tut mir sehr leid, aber sie kann heute nicht zur Klavierstunde kommen. Hoffentlich ist es nächste Woche wieder besser. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Guten Tag, Frau Sähmann. Hier spricht Frau Möggel, die Mutter von Lydia. Lydia geht es nicht gut. Sie hat Kopfschmerzen. Es tut mir sehr leid, aber sie kann heute nicht zur Klavierstunde kommen. Hoffentlich ist es nächste Woche wieder besser. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Tobias, hier ist Julian. Was haben wir gleich nochmal in Mathe auf? Ich weiß es nicht mehr. Ich fang schon mal mit Geschichte an. Und Bio muss ich auch noch machen. Macht nichts, wenn es spät ist. Ich schlafe nicht vor halb 11. Ciao. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Tobias, hier ist Julian. Was haben wir gleich nochmal in Mathe auf? Ich weiß es nicht mehr. Ich fang schon mal mit Geschichte an. Und Bio muss ich auch noch machen. Macht nichts, wenn es spät ist. Ich schlafe nicht vor halb 11. Ciao. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Tom, ich bin's Nora. Wir sollen doch die Aufgaben für Geografie zusammen machen. Wir müssen viel im Buch lesen. Aber dann schreiben wir die Aufgaben zusammen. Wann hast du Zeit? Ich kann nur Dienstag oder Donnerstag. Und du? Ruf mich an. Tschüss. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Tom, ich bin's Nora. Wir sollen doch die Aufgaben für Geografie zusammen machen. Wir müssen viel im Buch lesen. Aber dann schreiben wir die Aufgaben zusammen. Wann hast du Zeit? Ich kann nur Dienstag oder Donnerstag. Und du? Ruf mich an. Tschüss. Hören Teil 2 Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Und nun rechnet ihr die Aufgabe 2b. Du, wie findest du den Englischlehrer? Den Englischlehrer? Oh, ganz in Ordnung. Nur in Ordnung? Ich finde ihn total süß. Okay, er sieht gut aus. Aber den Unterricht kannst du vergessen. Das macht nichts. Du bist ja total verrückt. Na und? Und wer gefällt dir? Also der Biolehrer kann gut erklären. Findest du ihn hübsch? Das ist doch nicht wichtig. Ruhe bitte da hinten. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Und nun rechnet ihr die Aufgabe 2b. Du, wie findest du den Englischlehrer? Den Englischlehrer? Oh, ganz in Ordnung. Nur in Ordnung? Ich finde ihn total süß. Okay, er sieht gut aus. Aber den Unterricht kannst du vergessen. Das macht nichts. Du bist ja total verrückt. Na und? Und wer gefällt dir? Also der Biolehrer kann gut erklären. Findest du ihn hübsch? Das ist doch nicht wichtig. Ruhe bitte da hinten. Okay. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Ach, Hannes, wir schreiben bald eine Mathe bald und ich verstehe rein gar nichts. Können wir mal zusammen lernen? Ja, gern. Aber heute habe ich keine Zeit. Ich muss noch einkaufen. Die Sachen für Kunst, einen Kugelschreiber und ein Poster für mein Zimmer will ich auch. So, weißt du was? Ich komme mit in die Stadt. Ich brauche einen Ordner und will eine CD kaufen. Prima, Peter. Und wenn es nicht zu spät ist, dann können wir immer noch Mathe machen. Super. Wann treffen wir uns? Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Ach, Hannes, wir schreiben bald eine Mathe bald und ich verstehe rein gar nichts. Können wir mal zusammen lernen? Ja, gern. Aber heute habe ich keine Zeit. Ich muss noch einkaufen. Die Sachen für Kunst, einen Kugelschreiber und ein Poster für mein Zimmer will ich auch. Weißt du was? Ich komme mit in die Stadt. Ich brauche einen Ordner und will eine CD kaufen. Prima, Peter. Und wenn es nicht zu spät ist, dann können wir immer noch Mathe machen. Super. Wann treffen wir uns? Danke. Einheit 4 SMS, PC, DVD Kommunikation und Unterhaltung Hören Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hi, Nina. Hier spricht Sandra. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt auch ein Handy. Toll, was? Jetzt können wir immer und überall telefonieren. Na ja, ich muss natürlich aufpassen. Zu teuer darf es nicht werden. Aber ich habe ja ein Handy mit Karte. Also ruf mich an. Meine Nummer ist 17628355094. Ciao. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Hi, Nina. Hier spricht Sandra. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe jetzt auch ein Handy. Toll, was? Jetzt können wir immer und überall telefonieren. Na ja, ich muss natürlich aufpassen. Zu teuer darf es nicht werden. Aber ich habe ja ein Handy mit Karte. Also ruf mich an. Meine Nummer ist 17628355094. Ciao. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Andi. Hier ist Matze. Andi, mach um 6 Uhr das Radio an. Da kommt etwas über unsere Schule. Ja, wirklich. Da gibt es Informationen über 100 Jahre Schulgeschichte in der Stadt. Und am Ende ein Quiz. Interessant, was? Also, um 18 Uhr. Radio Regenbogen. Tschüss. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Andi. Hier ist Matze. Andi, mach um 6 Uhr das Radio an. Da kommt etwas über unsere Schule. Ja, wirklich. Da gibt es Informationen über 100 Jahre Schulgeschichte in der Stadt. Und am Ende ein Quiz. Interessant, was? Also, um 18 Uhr. Radio Regenbogen. Tschüss. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hi Nico, hier ist Christian. Du, ich hab ein neues Computerspiel. Das ist super. Ich spiele schon zwei Stunden lang und das ist immer noch nicht langweilig. Wenn du wieder da bist, ruf mich an oder komm gleich vorbei. Ich muss es dir zeigen. Es macht wirklich Spaß. Bis dann. Servus. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zur Aufgabe 5 und 6. Hi Nico, hier ist Christian. Du, ich hab ein neues Computerspiel. Das ist super. Ich spiele schon zwei Stunden lang und das ist immer noch nicht langweilig. Wenn du wieder da bist, ruf mich an oder komm gleich vorbei. Ich muss es dir zeigen. Es macht wirklich Spaß. Bis dann. Servus. Hören. Teil 2. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Du, Katrin, du wünschst dir doch auch so sehr einen Hund. Ja, warum? In der Zeitung ist eine Anzeige. Schau, hier. Lust auf junge Hunde? Fünf liebe, kleine Hündchen zu verschenken. Sechs Wochen alt, braun, ideal für Familien mit Kindern. Und, was sagst du? Ja, schon, Anja, aber unsere Eltern. Komm, wir fragen sie zusammen, ob wir die Hunde mal besuchen dürfen. Das ist eine gute Idee. Komm, die Zeitung nehmen wir auch mit. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Du, Katrin, du wünschst dir doch auch so sehr einen Hund. Ja, warum? In der Zeitung ist eine Anzeige. Schau, hier. Lust auf junge Hunde? Fünf liebe, kleine Hündchen zu verschenken. Sechs Wochen alt, braun, ideal für Familien mit Kindern. Und, was sagst du? Ja, schon, Anja, aber unsere Eltern. Komm, wir fragen sie zusammen, ob wir die Hunde mal besuchen dürfen. Das ist eine gute Idee. Komm, die Zeitung nehmen wir auch mit. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Was gibt es denn am Wochenende im Fernsehen? Moment, ich lese gerade im Fernseherheft. Gibt es einen interessanten Film? Hm, im ersten ist eine Talkshow? Puh, langweilig. Im zweiten kommt ein Film mit Eddie Murphy. Ja, das ist sicher lustig. Zeig mal her. Aha, der Film am Samstag ist um 20.15 Uhr. Am Sonntagnachmittag gibt es einen Film über Afrika. Ach so, Afrika machen wir gerade in Geografie. Kein Problem. Samstag also Film und Sonntag Information. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Was gibt es denn am Wochenende im Fernsehen? Moment, ich lese gerade im Fernseherheft. Gibt es einen interessanten Film? Hm, im ersten ist eine Talkshow? Puh, langweilig. Im zweiten kommt ein Film mit Eddie Murphy. Ja, das ist sicher lustig. Zeig mal her. Aha, der Film am Samstag ist um 20.15 Uhr. Am Sonntagnachmittag gibt es einen Film über Afrika. Ach so, Afrika machen wir gerade in Geografie. Kein Problem. Samstag also Film und Sonntag Information. Einheit 5 Ich kaufe mir was. Essen und trinken, einkaufen. Hören. Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Liebe Tante Lucia, hier spricht Sabine. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Mama macht ganz viele Sachen zum Essen. Am Nachmittag gibt es ab 4 Uhr Kaffee und Kuchen. Später essen wir dann Pizza und Salat. Hm, das schmeckt. Ich bin so froh. Du kommst doch, oder? Tschüss. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Liebe Tante Lucia, hier spricht Sabine. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Mama macht ganz viele Sachen zum Essen. Am Nachmittag gibt es ab 4 Uhr Kaffee und Kuchen. Später essen wir dann Pizza und Salat. Hm, das schmeckt. Ich bin so froh. Du kommst doch, oder? Tschüss. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Achim, hier ist Rainer. Morgen ist die Klassenparty. Wir brauchen noch etwas zum Essen und Trinken. Ich bringe Kartoffelsalat. Kannst du Mineralwasser mitbringen? Die Party beginnt um 19 Uhr, aber wir treffen uns um 18 Uhr bei mir. Sei bitte pünktlich. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Achim, hier ist Rainer. Morgen ist die Klassenparty. Wir brauchen noch etwas zum Essen und Trinken. Ich bringe Kartoffelsalat. Kannst du Mineralwasser mitbringen? Die Party beginnt um 19 Uhr, aber wir treffen uns um 18 Uhr bei mir. Sei bitte pünktlich. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Leonie, hier ist Mami. Ich komme heute später nach Hause. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Geh bitte zum Supermarkt und kauf ein Brot, einen Liter Milch, Tee und ein Kilogramm Äpfel. Geld ist in der Küche auf dem Tisch. Danke, wenn du Lust hast, machen wir am Abend ein Spiel. Okay, bis später. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Leonie, hier ist Mami. Ich komme heute später nach Hause. Ich habe keine Zeit zum Einkaufen. Geh bitte zum Supermarkt und kauf ein Brot, einen Liter Milch, Tee und ein Kilogramm Äpfel. Geld ist in der Küche auf dem Tisch. Danke, wenn du Lust hast, machen wir am Abend ein Spiel. Okay, bis später. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Hier ist die Karte, Lena. Was willst du essen? Fleisch oder Fisch? Lieber Fleisch, aber ohne Gemüse. Nimm doch Schnitzeln und Kartoffeln. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich nehme Fisch. Ja, Fisch und Salat. Darf ich eine Limo trinken, Papa? Klar. Und ich ein Bier. Herr Ober. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Hier ist die Karte, Lena. Was willst du essen? Fleisch oder Fisch? Lieber Fleisch, aber ohne Gemüse. Nimm doch Schnitzeln und Kartoffeln. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich nehme Fisch. Ja, Fisch und Salat. Darf ich eine Limo trinken, Papa? Klar. Und ich ein Bier. Herr Ober. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Komm, Stefan. Wir machen Frühstück. Ja, gern. Was brauchen wir? Gehen wir zuerst mal in die Küche. Also, hier sind Brot und Brötchen. Ich koche Eier. Sehr gut. Sag mal, Helen. Magst du lieber Marmelade oder Jokocreme? Hm, beides. Was willst du trinken? Was haben wir da? Milch, Kakao, Saft, Wasser. Für mich bitte Kakao. Ich trinke ein Glas Milch. Hab ich einen Hunger. Fangen wir an? Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Komm, Stefan. Wir machen Frühstück. Ja, gern. Was brauchen wir? Gehen wir zuerst mal in die Küche. Also, hier sind Brot und Brötchen. Ich koche Eier. Sehr gut. Sag mal, Helen. Magst du lieber Marmelade oder Jokocreme? Hm, beides. Was willst du trinken? Was haben wir da? Milch, Kakao, Saft, Wasser. Für mich bitte Kakao. Ich trinke ein Glas Milch. Hab ich einen Hunger. Fangen wir an? Einheit 6 Stadt, Land, Fluss Unsere Wohnung, unsere Umwelt Hören Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Hallo Lars. Hier spricht Timo. Du, ich kann leider doch nicht kommen. Ich darf nicht weg. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Meine Oma kommt am Freitag zu uns und alles soll tipptopp sein. Meine Eltern sind so blöd. Was macht das schon? Es ist doch mein Zimmer. Tschüss. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgaben 1 und 2. Hallo Lars. Hier spricht Timo. Du, ich kann leider doch nicht kommen. Ich darf nicht weg. Ich muss mein Zimmer aufräumen. Meine Oma kommt am Freitag zu uns und alles soll tipptopp sein. Meine Eltern sind so blöd. Was macht das schon? Es ist doch mein Zimmer. Tschüss. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Susi. Hier ist Carolin. Ich gehe jetzt los. Wir treffen uns dann am Haus am See. Du fährst mit dem Bus bis zur Schule. Dann gehst du die Schulstraße geradeaus, die Seestraße rechts und am Wald links bis an den See. Das ist ganz einfach. Bis bald. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgaben 3 und 4. Hallo Susi. Hier ist Carolin. Ich gehe jetzt los. Wir treffen uns dann am Haus am See. Du fährst mit dem Bus bis zur Schule. Dann gehst du die Schulstraße geradeaus, die Seestraße rechts und am Wald links bis an den See. Das ist ganz einfach. Bis bald. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Lisa, ich bin's, Kerstin. Du besuchst mich doch am Samstag. Meine Eltern sind am Wochenende nicht da. Kannst du über Nacht bleiben? Dann bin ich nicht so allein. Kerstin, ich habe ein Bett für dich in meinem Zimmer. Wir lesen Comics, hören CDs, spielen etwas oder sehen fern. Solange wir wollen. Wunderbar. Bis Samstag also. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zur Aufgabe 5 und 6. Hallo Lisa, ich bin's, Kerstin. Du besuchst mich doch am Samstag. Meine Eltern sind am Wochenende nicht da. Kannst du über Nacht bleiben? Dann bin ich nicht so allein. Ich habe ein Bett für dich in meinem Zimmer. Wir lesen Comics, hören CDs, spielen etwas oder sehen fern. Solange wir wollen. Wunderbar. Bis Samstag also. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Sag mal Josi, was macht dein großer Bruder? Martin? Martin wohnt nicht mehr bei uns. Er wohnt jetzt in der Stadt. Wohnt er bei eurer Oma? Nein, nein. Er hat eine Wohnung für sich. Toll. Warst du schon dort? Aber klar, Jörg. Und? Wie ist die Wohnung? Na ganz normal. Er hat ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer und ein Bad. Und? Hat er Platz für Besuch? Ja klar, du kennst ihn doch. Super. Wann besuchen wir deinen großen Bruder? Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Sag mal Josi, was macht dein großer Bruder? Martin? Martin wohnt nicht mehr bei uns. Er wohnt jetzt in der Stadt. Wohnt er bei eurer Oma? Nein, nein. Er hat eine Wohnung für sich. Toll. Warst du schon dort? Aber klar, Jörg. Und? Wie ist die Wohnung? Na ganz normal. Er hat ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Schlafzimmer und ein Bad. Und? Hat er Platz für Besuch? Ja klar. Du kennst ihn doch. Super. Wann besuchen wir deinen großen Bruder? Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Sieh dir das an, Chris. So viele Autos in der Stadt. Ja, das ist ein Problem. Was machen die alle in der Stadt? Keine Ahnung. Die Leute fahren zur Arbeit, sie kaufen einen. Was weiß ich. Und da müssen sie mit dem Auto fahren? Du hast recht, Oliver. Sie können den Bus nehmen. Genau. Dann gibt es wieder Platz für Fahrzeuge und Spielplätze. Und wir können auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12 richtig oder falsch. Sieh dir das an, Chris. So viele Autos in der Stadt. Ja, das ist ein Problem. Was machen die alle in der Stadt? Keine Ahnung. Die Leute fahren zur Arbeit, sie kaufen einen. Was weiß ich. Und da müssen sie mit dem Auto fahren? Du hast recht, Oliver. Sie können den Bus nehmen. Genau. Dann gibt es wieder Platz für Fahrzeuge und Spielplätze. Und wir können auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Einheit 7 Endlich Ferien Reisen und Ausflüge Hören Teil 1 Du hörst drei Nachrichten am Telefon. Jede Nachricht hörst du zweimal. Zu jeder Nachricht gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2 Tag Lukas. Hier ist Nobby. Kommst du mit? Wir sehen uns das Fußballspiel im Olympiastadion an. Wir fahren mit der U-Bahn. Um halb vier treffen wir uns an der Haltestelle. Ach ja. Und bring dein Fotoapparat mit. Also, bis dann. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Tag Lukas. Hier ist Nobby. Kommst du mit? Wir sehen uns das Fußballspiel im Olympiastadion an. Wir fahren mit der U-Bahn. Um halb vier treffen wir uns an der Haltestelle. Ach ja. Und bring dein Fotoapparat mit. Also, bis dann. Bis dann. Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Mami. Hallo Papi. Hier spricht Fenja. Die Ferien in Deutschland sind wunderbar. Die Klasse und die Lehrerin sind sehr nett. Ich lerne viel Deutsch. In drei Tagen fliege ich ja schon wieder nach Hause. Das Flugzeug kommt um 17.35 Uhr an. Holt ihr mich vom Flughafen ab? Tschüss und Küsschen. Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Mami. Hallo Papi. Hier spricht Fenja. Die Ferien in Deutschland sind wunderbar. Die Klasse und die Lehrerin sind sehr nett. Ich lerne viel Deutsch. In drei Tagen fliege ich ja schon wieder nach Hause. Das Flugzeug kommt um 17.35 Uhr an. Holt ihr mich vom Flughafen ab? Tschüss und Küsschen. Jetzt hörst du die dritte Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 5 und 6. Hallo Babsi. Hier ist Linda. Wir sind schon drei Tage auf der Insel. Es ist so schön. Bitte, bitte, du musst kommen. Wir sind den ganzen Tag am Strand. Wir schwimmen, spielen Ball und haben Spaß. Meine Großeltern haben viel Platz. Du kannst hier schlafen. Ich warte auf dich. Wann kommst du? Tschüss. Du hörst die dritte Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 5 und 6. Hallo Babsi. Hier ist Linda. Wir sind schon drei Tage auf der Insel. Es ist so schön. Bitte, bitte, du musst kommen. Wir sind den ganzen Tag am Strand. Wir schwimmen, spielen Ball und haben Spaß. Meine Großeltern haben viel Platz. Du kannst hier schlafen. Ich warte auf dich. Wann kommst du? Tschüss. Du hörst jetzt zwei Gespräche. Du hörst jedes Gespräch zweimal. Zu jedem Gespräch gibt es Aufgaben. Markiere die richtigen Lösungen mit einem Kreuz R für richtig, F für falsch. Lies jetzt das Beispiel mit der Lösung. Lies jetzt die Sätze 7, 8 und 9. Du hörst jetzt das erste Gespräch. Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Berlin? Der Zug nach Berlin? Hm. Um 14.05 Uhr. Wann komme ich in Berlin an? Um 15.40 Uhr. Gibt es auch später einen Zug? Ja, um 16.12 Uhr, um 18.32 Uhr, um 19.46 Uhr und... Dann bitte eine Fahrkarte für den Zug um 16.12 Uhr. Was kostet das? Einfach 55 Euro. Gut. Und auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Gleis 3. Danke. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 7, 8 und 9 die Lösungen. Markiere R für richtig und F für falsch. Entschuldigung, wann fährt der Zug nach Berlin? Der Zug nach Berlin? Hm. Um 14.05 Uhr. Wann komme ich in Berlin an? Um 15.40 Uhr. Gibt es auch später einen Zug? Ja, um 16.12 Uhr, um 18.32 Uhr, um 19.46 Uhr und... Dann bitte eine Fahrkarte für den Zug um 16.12 Uhr. Was kostet das? Einfach 55 Euro. Gut. Und auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Gleis 3. Danke. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Lies jetzt die Sätze 10, 11 und 12. Du hörst jetzt das zweite Gespräch. Puh, endlich Ferien! Hey Volker, was machst du in den Ferien? Also, ich schlafe zuerst mal aus und dann fahre ich zu meinem Onkel. Er hat ein Haus am Chiemsee. Toll, meine Familie fährt drei Wochen in den Süden. Oh, noch besser. Naja, drei Wochen mit der Familie können ganz schön langweilig sein. Macht ihr keine Ausflüge? Ich weiß noch nicht. Ach, weißt du, Simon, alles ist besser, weil es nicht Schule ist. Da hast du recht. Also, schöne Ferien. Danke, auch schöne Ferien. Du hörst jetzt das Gespräch noch einmal. Markiere jetzt für die Sätze 10, 11 und 12. Richtig oder falsch. Puh, endlich Ferien! Hey Volker, was machst du in den Ferien? Also, ich schlafe zuerst mal aus. Und dann fahre ich zu meinem Onkel. Er hat ein Haus am Chiemsee. Toll, meine Familie fährt drei Wochen in den Süden. Oh, noch besser. Naja, drei Wochen mit der Familie können ganz schön langweilig sein. Macht ihr keine Ausflüge? Ich weiß noch nicht. Ach, weißt du, Simon, alles ist besser, weil es nicht Schule ist. Da hast du recht. Also, schöne Ferien. Danke, auch schöne Ferien. Vielen Dank. Vielen Dank.